Wir reden miteinander, wir machen Vorschläge und es ist uns völlig klar, dass nicht alles 100% umgesetzt wird, was wir sagen. Aber, und deswegen bitte ich Sie jetzt, das was aus dem Publikum auch an Buch und so weiter gekommen ist, nehmen Sie es bitte ernst. Da sind auch ein paar dabei, die haben sich daneben genommen, für die entschuldige ich mich. Aber die allgemeine Stimmung, was ich heute mitbekommen habe, das ist die Stimmung in der deutschen niedergelassenen Ärzteschaft zur Zeit. Nehmen Sie das ernst. Wenn wir das nicht ernst nehmen, verlieren wir ganze Generationen an Ärztinnen und Ärzten an aktiver Mitarbeit. Wir als Funktionäre, ja, wir machen das immer. Aber wir können auch nicht ohne unsere Basis arbeiten. Nehmen Sie es bitte mit, nehmen Sie es ernst, nehmen Sie es bitte nicht persönlich. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.